hallo und herzlich willkommen leute zu einem neuen video auf meinem kanal ja mir ist tatsächlich sehr sehr häufig vorgeschlagen worden dass ich auch mal auf dieses video hier reagieren soll bitcoin influenza das geschäft mit der gier war wohl sehr sehr interessant ich habe tatsächlich das auch zum teil also die erste hälfte oder so hatte ich vorgestern oder so mal gesehen ja fünf tage ist es jetzt alt ja von daher machen wir mal so eine kleine reaction darauf ja das geschäft mit der gier ich bin gespannt wie gesagt die ersten zehn minuten hatte ich vor ein paar tagen schon mal gesehen und da wird auf jeden fall so auf die ja dieses spiel mit den emotionen drauf eingegangen von den ganzen moon boys weil man hier schon die funnels sieht sehr sehr interessant schauen wir uns auf jeden fall mal an irrwitzige gewinnversprechen mit bitcoin fragwürdig chartanalysen und zehntausende klicks das ist die bizarre welt der crypto youtuber heute für den bitcoin und ethereum preis leute die nächste bewegung die nächste preisbewegung für bitcoin und ethereum wird höchstwahrscheinlich die welt schockieren also hier wird ganz klar mit der gier der menschen vor allem junger menschen gespielt auf youtube und insta trotzen sie mit ihrem reichtum leute es wird direkt mal wieder zeit für ein update video zum mit konkurs ich befinde mich gerade im landeanflug nach dubai wie ihr gerade sehen könnt 200.000 abos bei youtube und auf kritische fragen antworten sie so die leute die an der spitze wenn etwas sehen die polarisieren wir fragen uns was steckt hinter den tipps und tricks der crypto influenza und wie sorry falls ihr gerade seht meine kamera irgendwie wackelt das bild immer mal so ein bisschen ich hoffe das ist nicht allzu kritisch irgendwie kriege ich das aktuell nicht gefixt das problem also zu 100 prozent ist mein set up noch nicht wieder am start problematisch sind solche youtube kanäle denn schließlich geht es am ende doch um geld und damit auch um eine gewisse verantwortung das gefühl die sind alle richtig besessen von crypto so richtige bitcoin ultras ich persönlich finde das ein bisschen befremdlich das kann aber auch daran liegen dass wenn es um finanzen geht ich ein hoffnungsloser spießer bin wir wollen diese szene jetzt mal ein bisschen besser verstehen und da sozusagen eintauchen und dafür treffen wir jetzt roman reher den blog trainer aber bevor wir jetzt gleich in einer der wenigen leute die ich richtig richtig gut finde also blog trainer der ist ja eigentlich so 100 prozent bitcoin so komplett anti altcoin aber gut ist halt seine meinung irgendwie wenn die meinung nicht unterschiedlich wären dann wäre es auch langweilig daher finde ich sehr sehr kompetent also ich habe tatsächlich immer mal reingeschaut oder auch mal einem livestream von ihm gewesen es ist eigentlich egal welche frage du ihm so stellst bezüglich bitcoin mining oder so immer direkt eine kompetente antwort drauf also der hat wirklich sehr sehr viel an fachwissen immer gespannt münster ankommen und da tatsächlich mal sein studio anschauen gucken wir uns den mal hier an roman reher ist seit acht jahren in der krypto szene unterwegs und hat ziemlich radikale ansichten das konventionelle geldsystem gehöre abgeschafft es gäbe nur eine lösung bitcoin 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 es ist euer geld es ist dezentrales geld es ist deflationäres geld es ist geld was diesen planeten zu einem besseren ort macht doch der blocktrainer warnt auch eindringlich vor dem risiko betrüger hätten in der krypto szene leichtes spiel bitcoin selbst gibt es erst seit gut zwölf jahren und dieser ganze space ist natürlich für viele menschen absolutes neuland und genau das ist das große problem an dieser sache weil zum einen kann man so sehr leicht auf betrug herein fallen oder generell auch auf produkte rein fallen die einfach noch nicht gut sind weil das eben so ein junger space da hat er wohl recht ein bitcoin-fan der selbst auch kritisch gegenüber der szene ist wir besuchen ihn in münster und da sind wir roman reher studio direkt über seinem wohnzimmer hier nimmt er seine videos auf die dann zehntausendfach geklickt werden hier passiert die ganze magie das ist mein arbeitsbereich und gerade schon erwähnt auch so ein bisschen spielzimmer ja nicht schlecht sieht eigentlich besser aus als beim ende hier seine live streams starten immer um 20 uhr 15 und beschäftigen sich mit den aktuellen themen rund um krypto hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem blog trainer youtube kanal ich freue mich dass schon so viele leute vom start aktiv sind wir haben ein spannendes thema und zwar das hier bitcoin handel in kolumbiens größter bank für den blog trainer ist das nicht nur ein hobby er verdient natürlich an seinem youtube-kanal sei es über spenden oder über provisionen die er bekommt wenn sich zuschauer innen auf verlinkten krypto angeboten anmelden dabei hat er auch schon mal auf ein hoch riskantes angebot verlinkt und es später bereut ich habe 2019 mal vor so einer börse gewarnt und und habe da was gemacht was im endeffekt nicht gut war und wofür ich mich auch entschuldigt habe und ich habe das video offline genommen aber ich habe davor gewarnt und habe gesagt wenn ihr euch trotzdem anmelden wollt ist hier mein link und zu dem zeitpunkt war mein kanal noch super klein ich glaube zu 2000 follower oder so es haben sich 20 leute angemeldet ich habe an diesen 20 leuten in dem einen monat 1000 dollar verdient das geht richtig richtig schnell wie du mit kleinen kanälen eigentlich schon gerade unser affiliate marketing bereich ein schweinegeld verdienen kannst dementsprechend könnt ihr euch vorstellen was da wirklich so die leute mit sechsstelligen abonnenten zahlen oder sogar siebenstellig wirklich mit affiliate marketing verdienen ja und in der krypto szene also generell in der finanzszene ist das noch mal ein ganz ganz anderes spektrum als für irgendwie was anderes also die zahlen richtig richtig gut ich habe den link rausgenommen hat mich entschuldigt habe danach ein video gemacht das hieß damals der dreck im krypto space dieses video ist gemeint rea formuliert darin ziemlich klar worin das grundsätzliche problem bei vielen krypto influenzern besteht ja man zieht sich daraus aus der man sieht sich aus der affäre als youtuber als influencer als beeinflusser und sagt ja gut ich habe euch doch nicht gesagt ihr müsst dort investieren ich habe euch doch gesagt ist euer eigenes ja euer eigenes euer eigenes risiko ja ihr müsst das wissen ob ihr das machen wollt oder nicht so und an dieser stelle ist es einfach in meinen augen nicht fair oder auch einfach in keiner relation dazu zu dem was dort verdient wird roman rea machte es öffentlich viele seiner youtube kollegen verdienen ordentlich mit wenn sie die leute auf irgendwelche krypto börsen lotsen und damit das auch funktioniert machen sie ordentlich druck also was man auf jeden fall schon mal sagen kann hier bei youtube scheint sehr interessante ansprechhaltung zu herrschen das sieht man schon hier an den fans immer offener mund wildes geschrei viele ausrufezeichen es sieht aus das ist auch so ein ding das verstehe ich bis heute nicht also warum sich das dann überhaupt leute angucken oder warum die so viele abonnenten haben also wenn ich zum bild sehe oder schon einer so steht und dann caps lock wahrscheinlich schreit da auch noch wenn er wenn er wenn er den titel schreibt warum sich dass die leute angucken also wenn ich sowas sehe habe ich im vorfeld eigentlich schon keinen bock mehr auf dieses video wenn er irgendwie steht ja wie gesagt gesicht auf eine futterluke und dann so reinschreiben ja achtung letzte chance xrp zu kaufen ansonsten morgen 500 dollar so weil du weißt halt im vorfeld das stimmt nicht was er in diesem video sagt du weißt nicht was du weißt ganz genau dass es nicht passieren wird warum schaut man es dann das verstehe ich bis heute nicht also das sind das müssen das können nur wirklich die anfänger sein die da wirklich reingelockt werden in so eine falle weil ich kann mir nicht vorstellen dass irgendjemand der wirklich lange im crypto space drin ist die materie versteht dass der diese leute anguckt das kann ich mir nicht vorstellen aus als wollten die youtuber hier panik verbreiten und wenn ich das sehe dann habe ich das gefühl ich müsste jetzt sofort handeln und irgendwas tun ja in ihren videos aufgeregte kursvorhersage das wird direkt mal wieder zeit für ein update video hier zum bitcoin kurs denn wir haben gerade eben ein grausames break er filmen die alles auch noch mit ihrem handy oder was okay nach unten aus einem chart pattern gesehen was sich tatsächlich über die letzten paar stunden am heutigen tag auf dem ein stunden time frame geformt hat ich frage mich ja musste eigentlich atmen oder redet er einfach durchgängig und hat so eine atemtechnik wo man vielleicht redet und atmet gleichzeitig unter den videos hier etwa von sunny decree geht es über so genannte affiliate links direkt zu der crypto handelsbörse firmex für jeden vermittelten kunden kassiert er eine provision daraus macht er auch kein geheimnis das video ist nicht gesponsert von firmex also nein ich wurde von firmex nicht bezahlt aber natürlich habe ich wie immer unten ein affiliate link für diesen exchange zwei dinge also erstmal den sunny decree würde ich eigentlich nicht in diese hier moonboy geschichte reinstecken in dieselbe schublade den halte ich eigentlich für relativ gut ich habe auch gerade so im crash als das im mai passiert ist immer mal ein video von ihm gesehen waren eigentlich ziemlich gute zutreffende analysen die er da gemacht hat aber die geschichte dass er nicht gesponsert wurde kaufe ich nicht ab weil famex hat tatsächlich bei mir auch angefragt und ich wäre auch bezahlt worden ich habe das nicht angenommen und ich meine ich weiß jetzt ich glaube 30.000 abonnenten oder so hat er irgendwie also ich habe ja nicht mal die hälfte an abonnenten von ihm und ich wäre schon bezahlt worden dafür dass ich ein tutorial aufnehme und den affiliate link obendrauf also das kann ich mir nicht vorstellen dass er da dann nicht bezahlt worden ist weil warum sollten die mir ein angebot machen ihm aber nicht dass das macht relativ wenig sinn oder oder umgekehrt warum sollte er sich dann hinsetzen sagen ja ich mache zwar ein tutorial aber euer geld nehme ich an das macht keinen sinn das heißt wenn ihr den kanal unterstützen wollt wenn ihr das tutorial gut findet wäre es natürlich mega nice wenn ihr euch mit meinem link anmelden würde falls ihr denn an der plattform famex interessiert seid okay kann ich mich auf die beratung selbsternannter bitcoin experten verlassen wie seriös sind die eigentlich um das er war bei famex geht es halt wahnsinnig viel um hebeltrading auch und deswegen habe ich das nicht angenommen weil grundsätzlich club crypto klar unterschiedliche börsen immer nicht verkehrt aber wo es hauptsächlich eigentlich so in die schiene geht das hebeltrading würde ich niemals irgendwem empfehlen und ich nutze crypto.com ich nutze binance ich kann sicherlich auch noch qcoin coin best oder so die gängigsten irgendwo empfehlen aber zu drittanbieter börsen lasse ich persönlich die finger davon und wenn ich selbst nicht nutze dann empfehle ich es auch keinem anderen zu klären fahren wir nach münchen hier treffen wir saidi solilatu ein journalist der für finanz tipp arbeitet und auch youtube videos macht der berät über alle möglichen finanzprodukte und ich bin total gespannt was der zu unseren youtuber sagt in seinen videos geht es eher um möglichst objektive informationen soll ich jetzt dabei sein beim crypto hype oder nicht verpasse ich da vielleicht die größte rendite chance meines lebens finanz tipp ist teil einer gemeinnützigen stiftung zwar finanzieren sie sich zum teil auch durch affiliate links allerdings werden die vorher von der redaktion geprüft unabhängigkeit spielt für sie ein also generell an der stelle sei auch gesagt gegen affiliate links spricht ja überhaupt nichts ich habe auch affiliate links in der video beschreibung eine immense rolle zusammen mit saidi solilatu schaue ich mir die reißerischen videos der crypto youtuber an nehmen die wirklich alle mit ihrem handy auf machen dann so viele klicks davon natürlich werde ich auch über spezifische icon sprechen also hier wird ganz klar mit der mit der gier der menschen vor allem junger menschen gespielt sozusagen gesagt wird dass man innerhalb kürzester zeit sozusagen reich werden kann risiken werden völlig verrahmlosen ist ja auch so ein psychologischer mechanismus der hier an der stelle sehr gut funktioniert die bekannte form of missing out die ist sehr stark hier junge leute haben da oft nicht nur das da spielt nicht nur die gier eine rolle zu sagen ich will mein vermögen verdoppeln verdreifachen wie auch immer sondern ich könnte das verpassen wo auch meine peers meine gleichaltrigen schon sehr stark drin stecken ja das wird an vielen stellen da gar nicht so richtig wahrgenommen dass da natürlich geschäftsinteressen kommerzielle interessen dahinterstehen das attraktive wie auch das problematische am kryptomarkt sei dass es kaum staatliche kontrolle gebe der krypto bereich ist ja entstanden aus einer grundsätzlichen skepsis gegenüber jeglicher form von staatlicher oberigkeit gegenüber zentralbanken und so weiter und deshalb ist es auch grundsätzlich dort wehrt man sich gegen alle mögliche aufkommende regulatorik grundsätzlich ist es schon eine große spielwiese für alle möglichen grau bis wirklich schwarzen geschichten also wirklich dann bis in den kriminellen bereichen umso wichtiger dass man sich seriöse ratschläge holt und nicht blind auf die rendite versprechen irgendwelche krypto influenza hereinfällt ich würde vor allen dingen immer darauf achten mit welchem stil auf sowas präsentiert wird also da sollte man auch als verbraucher ganz klar sich sich hören will mir da jemand was verkaufen und präsentiert die informationen total einseitig auch übrigens die kritik total einseitig muss man auch auch so sehen oder ist man sagt man hat dann das gefühl dass man ja ausgewogen informiert wird vollmundige gewinnversprechen ohne auf risiken hinzuweisen besonders problematisch ist das beim hebel trading dabei wird der eigene einsatz mit geliehenem geld vervielfacht die aussichten atemberaubend und ich wähle hier einmal mit diesem slide button hier einen 10x leverage das heißt für 100 für einen 100.000 dollar trade muss ich nur 10.000 dollar von meinem eigenen geld hinein nur ich muss nur 10.000 dollar nehmen kann ich über 100.000 so bekomme ich es auch hindern manchmal ohne risiko solche gigantischen positionen von 56 78 millionen dollern aufzubauen ja dass das ding also das krasse beim hebel trading und diesen affiliate links ist halt einfach noch die leute die kriegen ja provision sogar auf euren hebel also die influenza dann dementsprechend also als beispiel nehmen wir noch mal vermix wenn wir jetzt 1000 dollar einsatz und damit oder mit 1000 dollar trade ist dann das heißt ich kriegte provision von 1 dollar 2 dollar oder so wenn du aber dir dann so ein hunderter hebel nimmst und mit 100.000 trade ist dann kriegt der auch die hundertfache provision und deswegen bewerben die das so krass immer hier jetzt acht achtung ganz ganz schnell verkaufen wieder einkaufen dass ihr möglichst viele trades macht ja damit die möglichst viele provisionen bekommen deswegen habe ich so ein quatsch auch nicht in der video beschreibung so viel marketing als solches ist ja nicht verkehrt krupp dort kommen zum beispiel da haben ja beide was von ja ich kriege 25 dollar für die empfehlung ihr kriegt 25 dollar dass ihr den link benutzt habt das ist ja win-win situation das wäre dumm wenn man es nicht macht weil dann sind 50 euro 50 dollar liegen gelassen verloren so aber mit diesem hebel trading oder oder generell diese affiliate links wenn ihr das aufs trading bekommt die leute verdienen auch zehn jahre später wenn ihr immer noch auf dieser plattform aktiv seid immer noch geld dadurch dass ihr euch vor zehn jahren damit einmal angemeldet habt und je mehr ihr tradet je mehr ihr verliert desto mehr gewinnen die also teilweise also da sprechen wir wirklich nicht von 56 stelligen beträgen da sprechen wir von siebenstelligen beträgen und auch nicht im jahr auch nicht im monat sondern in der woche die diese leute an euch verdienen das ist kaum zu glauben aber das ist wahr und deswegen kann er auch problemlos davon sprechen ja ich habe hier gerade mal drei bis fünf sechs millionen verdient ja weil er am tag einen sechsstelligen betrag mit nach hause nimmt nur durch eure affiliates eure affiliate links eure durch eure trades das klingt ja eigentlich ganz interessant ohne risiko positionen von 56 78 millionen dollar aufzubauen viel eigentlich zu gut um wahr zu sein oder zeit sich das hebel trading mal genauer anzuschauen also aufgepasst man kann auf den bitcoin kurs wetten steigt er oder fällt er wenn ich den verlauf richtig vorhersage und entsprechend geld darauf setze dann mache ich gewinne beim hebel trading kann ich meinen einsatz vervielfachen wie geht das ich leihe mir über die handelsplattform geld und kann so meinen einsatz erhöhen und entsprechend höhere gewinne einfahren allerdings der hebel funktioniert auch in die andere richtung liege ich mit meiner prognose falsch ist das risiko groß dass neben dem eigenen auch das geliehene geld weg ist das ist meistens so das was die leute nicht erwähnen oder dabei völlig außer acht lassen das ist auch genau in die andere richtung gehen kann ist tatsächlich ein kumpel bei mir schon passiert einfach mal mit einem trade 35.000 tacken in den sand gesetzt und ich hatte ihn vorher gewartet ich habe gesagt mache es nicht doch 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 dann habe ich sogar 350.000 wenn das klappt ja dieses system promoten viele youtuber und zwar mit erfolg grüße gehen du willst raus weil du gerade zuguckst wir recherchieren jetzt ja schon eine ganze weile und wir haben uns mit vielen experten unterhalten und eins sagen wirklich alle hebeltrading das ist extrem risiko behaftet und trotzdem wird dafür sehr viel geworben dementsprechend gibt es auch viele foren in denen sich menschen austauschen die damit auf die fresse geflogen sind und genau so jemanden treffen wir jetzt in augsburg sind wir mit nennen wir ihn chris verabredet er ist 28 und studiert noch er hat beim hebeltrading geld verloren 2500 euro das klingt erstmal nicht so viel aber für ihn war das zu dem zeitpunkt sehr sehr viel und das entsprechend filmen wenig offen und wir verfremden seine stimme ein bisschen damit ihn dann am ende auch niemand von seinen kumpels erkennt ja gut ist immer peinlich muss das nicht unbedingt sein ich denke jeder auch die schon ewig dabei sind haben schon mal irgendwie geld in sand gesetzt mit konto das ist jetzt eigentlich nichts wofür man sich schämen müsste und jetzt sitzt er vor mir erst hat er beim traden klein angefangen erzählt chris hatte alles unter kontrolle dann hat er begonnen größere summen zu wetten erst mal ein gutes gefühl man wettet man auf den kurs und dann steigt es und hat man 1000 euro und 1000 euro und tausend euro ich bin raus ich bin raus ungefähr so und die befreiung und dann kommt natürlich auch die klatsche entsprechend wieder zurück auf den boden der realität denn durch den hebel gewinnt er nicht nur es ist mir selber damals auch passiert also gar nicht durch hebeltrading aber beim forex trading war es so ich habe halt erst alles richtig gemacht mit immer nur mit ein prozent risiko getradet und es hat halt einfach immer funktioniert ich habe ich habe nicht ein verlust trade gehabt von 20 stück oder so dann habe ich gedacht ja okay kass wie einfach ist die geschichte denn risiko verdoppelt verdreifacht und dann habe ich ihnen in einer woche das verloren was sie vorher in drei monaten gewonnen habe das sind halt einfach erfahrungen die man machen muss ist dann nur die frage macht man weiter oder sagt man nee trading ist scam crypto-scam da will ich nichts mehr mehr zu tun haben sondern verliert am ende und zwar alles das hat einem den füßen und den boden und die füße weggezogen so ich habe mich so gefühlt wie in so einem traum in so einer schwebe so nee 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 mein kopf hat sozusagen in so einer leichten betäubt hat durchgerechnet wie lange man arbeiten muss wie lange man hätte leben können von dem geld was man gerade verspielt hat haben das ist genau das was du auf gar keinen fall machen darfst so egal ob du gewinnst ob du verlierst niemals diese hätte wäre wenn szenarien durchgehen weil du hast es nicht und das muss abhaken das ist das schlimmste was du danach machen kannst fehleranalysen sicherheit mit sicherheit klar aber niemals solche hätte wäre wenn szenarien durchgehen das macht dich nur noch mehr kaputt das tut es runter zu schlucken aber der ganze magen dreht sich irgendwie so bei einem bewusst ist es ist alles weg ich kann nichts tun es ist alles weg und ich kann es nur noch blöd gucken und es wäre ein arbeiten über ein tutorial auf dem kanal von sunny decree sei er via affiliate link auf die kryptobörse famex gelangt erzählt chris von der gebühr die er an die plattform zahlte müsse auch ein teil an sunny decree geflossen sein mein geld ist jetzt auch in seinem neuen sportwagen drin das ist dann halt wieder so ein ding das ist halt seine eigene schuld dann in dem fall also klar wird das da irgendwie aggressiv beworben oder so aber letztendlich ist jeder dafür sich selbst verantwortlich und niemand hat ihn gezwungen das machen und wer hebel trading einfach betreibt ohne sich irgendwie darüber zu informieren also nur mit der information des influencers reingeht klar ist das irgendwo gemein aber das ist dann einfach nach 100 prozent die eigene schuld also da kann man jetzt ein sunny decree nicht für sagen ja nur meinetwegen fährst du jetzt einen sportwagen das ist quatsch statt dass ich jetzt mir einen führerschein davon holen kann fährt er einen millionenwagen oder hunderttausende was auch immer das Lamborghini super sportwagen also chris ist jetzt gerade hier aus der tür raus und ich mein zwei rund 3000 euro was er da am ende verspielt hat das ist natürlich viel geld aber für ihn war es richtig viel geld immer das richtig weh getan und die story so zu hören das fand ich echt ein bisschen bedrückend natürlich versuchen wir mit sunny decree ins gespräch zu kommen erinnert euch das ist der zwar warnt er in seinem video kurz vor dem risikoreichen hebel trading da noch eine allgemeine warnung trading oder im speziellen leverage trading ist definitiv nicht für anfänger geeignet also man sollte da schon wirklich wissen was man tut aber nur um dann ja das ist halt genau das ding so und wenn jemand der noch nie vorher was von crypto gehört hat dann trotzdem sagt ja ich versuch's und ich putter da mein ganzes geld rein der muss auf die fresse fliegen muss er also sollte jetzt nicht schadenfroh oder so klingen ich denke ihr wisst was ich meine danach ein anfänger tutorial für genau die börse zu machen auf der chris sein geld verloren hat wir erreichen marco b so heißt sunny decree wirklich telefonisch ein interview will er uns nicht geben stattdessen schreiben wir eine mail und kriegen auch schnell antwort ja also da sagen ja wahrscheinlich auch viele ja der drückt sich vorm interview oder war ganz ehrlich an die wand nageln lassen würde ich mich da auch nicht nur weil ein einer da jetzt geld darüber verloren hat wofür selbst verantwortlich ist mir das dann irgendwie in die schuhe schieben zu wollen da hätte ich persönlich auch keinen bock drauf gehabt wenn das der fall gewesen wäre zwei sätze finde ich ganz sehr interessant und zwar klar kann man hier von der ethischen moralischen seite aus argumentieren dass dies zu verlusten führen kann und für die mehrheit auch wird genau wie man solche ethischen moralischen fragen bei einem casino oder mcdonalds stellen kann ja das ist halt auch so also wer als anfänger hebel trading betreibt der macht nichts anderes als im casino eigentlich auf rot oder schwarz sitzen also und von daher mit mit trading mit diesem online geld dann da hast du ja noch weniger bezug eigentlich zum geld weil es weil du halt nicht in der spielo reingehst und tatsächlich irgendwie scheine oder so nach und hast ja das ist halt das ding nach meiner vierjährigen erfahrung kann ich klar sagen es sind massive gewinne mit hebel trading realisierbar jedoch nur für die besten genau wie 90 prozent aller start ups wieder schließen würde ich sagen dass ca 90 prozent der menschen die trading ausprobieren wieder davon ablassen sollten oder werden ja und das ist aber auch genauso das ding warum so viele scheider warum gruppe als solches eigentlich so einen schlechten ruf hat weil auch wieder der blog trainer am anfang gesagt hat bitcoin gruppe trading das ist einfach noch ein start up das so wie man es heute machen kann existiert es seit acht bis zwölf jahren es gibt wenig leute die diese materie überhaupt verstanden haben und noch weniger leute die das dann auch vernünftig an den mann bringen können und wenn du da dann solche moon boys hast wo es nur um die eigene tasche geht dann ist halt klar dass extrem viele leute ihr geld verlieren und die das dann selbst aber nicht hinterfragen so die dann die würden niemals auf die idee kommen sagen ja ich habe nicht funktioniert ich habe was falsch gemacht nein trading scam crypto scam so das ist halt dieses das problem weil das natürlich auch so vermittelt wird von wegen ja hier heute anfangen nächste woche reich sein aber das ist es halt einfach nicht du musst dich mit trading intensiv beschäftigen und mit intensiv meine ich nicht ein paar wochen paar monate auch nicht ein jahr auch nicht zwei jahre du musst schon wirklich mehrere jahre dabei sein um das wirklich verstanden zu haben und es dann auch noch jemand anderem erklären zu können ist noch mal eine ganz andere geschichte und das ist halt leider das problem warum crypto als solches irgendwie so einen schlechten ruf in der gesellschaft hat weil einfach sehr sehr viele leute des ersten fall schon mitteln und dann wie gesagt solche 90 prozent die damit dann nicht umgehen können das dann auch einfach genauso weiter betiteln ja sowie chris zum beispiel auch andere youtuber die risikoreiche geschäfte promoten haben wir angefragt sie haben nicht geantwortet es gibt aber auch youtuber die sehr gern mit den medien reden und darüber hinaus nicht nur zehntausende sondern hunderttausende klicks bei youtube holen julian horst ist in der deutschsprachigen crypto community derjenige mit dem größten youtube kanal 200.000 abonnenten und auch bei ihm geht es ums große geld vorausgesetzt man hat das richtige mindset um reich zu werden von null auf 100 millionen in zwölf jahren der punkt ist kann man bereit das zu tun wer ist bereit die opfer zu bringen und wenn du die erste million hast dann ist es total also wirklich total um ein vielfaches leichter auf die zwei millionen auf die drei millionen auf die zehn millionen zu kommen die ansprechhaltung nicht ganz so schrill fakt ist aber auch julian horst möchte etwas verkaufen und zwar sein eigenes unternehmen cake die fall die plattform verspricht ihren anleger innen gewinne durch investitionen in crypto währungen die renditen dort reichen manchmal von fünf prozent gehen rauf auf 70 80 90 prozent hängt eben vom coin ab und ja ist extrem transparent extrem nachhaltig ein unglaublich schönes einkommen würde ich dir absolut empfehlen dass du das ganze staking anschaust verkaufen kann er erste erfahrung damit sammelt er bei der firma lioness die über jahre hinweg ein schneeballsystem vermarktet hat viele leute haben geld verloren danach ist er mitgründer einer firma die sammelt millionen ein um als produkt eine krypto kreditkarte rauszubringen ohne erfolg viele anleger fühlen sich bis heute betrogen was als ja das ist halt auch so ein ding es haben mich schon richtig viele mal gefragt was ich von dem halte und das sind solche geschichten ich meine ich kann hier jetzt keine angaben ohne gewähr geben ich stecke selber an der materie also von damals von ihm nicht drin und auch caktify habe ich mir nicht angeschaut aber das sind so dinge die mich persönlich immer abgehalten haben und generell ist er einfach jemand der mir zu viel labert also er hat ja teilweise so 30 minuten videos er redet 30 minuten ohne irgendwas zu sagen also du kannst theoretisch jedes video von ihm so in 30 sekunden zusammenfassen aber an der stelle sei auch gesagt ich will hier absolut nicht seine kompetenz oder so anzweifeln im gegenteil ich halte ihn eigentlich für sehr sehr kompetent wird sicherlich auch mehr drauf haben als ich in dem bereich und ich kenne auch auch von kumpels sehr sehr viele leute die da auch in seinem inner circle oder sowas drin sind und auch sehr sehr gute renditen fahren von daher was in der vergangenheit gewesen ist muss nicht scheißen dass das heute weitermacht es kann sein dass das alles legit ist und sehr sehr gut funktioniert deswegen das will ich gar nicht anzweifeln aber es waren trotzdem immer so gründe warum ich persönlich da die die finger von gelassen habe von daher aber wie gesagt geht absolut nichts gegen seine kompetenz oder so ich halte ihn für sehr sehr kompetent also ist von seinen vollmundigen versprechen zu halten wir fragen nach einem interview julian horst wohnt inzwischen nicht mehr in europa sondern in singapur dementsprechend verabreden wir uns via skype wie würden sie selber denn ihren youtube kanal beschreiben was machen sie da in erster linie ich rede ganz klar eindeutig über bitcoin gruppe währungen über meine investment entscheidungen wie ich den markt zurzeit so ein bisschen sehe ich versuche leute bis an die hand zu nehmen ich bin jemand der sehr transparent vor allem meine erfahrungen meine entscheidungen vor allem auch präsentiert was er aber auch tut seiner followerschaft etwas verkaufen und zwar ein finanzprodukt mit sehr hohem risiko so hoch dass er in seinen agb schreiben muss dass die kunden ihr geld auch jederzeit verlieren können ja gut das steht überall drin egal auf welcher börse du dich anmeldest egal für welchen broker du dich entscheidest genauso wie bei trade republic crypto.com oder was auch immer was man alles nutzen kann das steht das steht überall drin also das ist definitiv kein argument das ist für mich klingt das erst mal nach einem widerspruch nee weil ich meine crypto währungen sind volatil was soll ich da machen ich kann ich kann nicht ich kann keine rendite auf dollar versprechen wenn jemand damit nicht umgehen kann aber die ganz klar sagen ich geh auf die sparkasse zahl deine null prozent zahlen 0,1 prozent zins strafgebühr oder ein prozent oder macht einen bausparer wir haben uns bei der deutschen finanzaufsicht bafin nach julian horst erkundigt kurz darauf meldet die sie ermittelt gegen cake defy wegen unerlaubter geschäfte das habe ich auch schon weil die nämlich keine erlaubnis haben hierzulande finanzdienstleistungen anzubieten dabei hat julian horst gerade letztes jahr noch großspurig angekündigt deutschland ist einer unserer kernmärkte und daher peilen wir auch an dass wir den überwiegenden anteil an neuen kunden in deutschland gewinnen können davon will er im interview plötzlich nichts mehr wissen ich ehrlich was ich muss sagen also es ist ein also ich würde mal sagen es sind alle einwohner starken märkte sind wichtige märkte unser ziel ist natürlich dass der großteil der deutschen cake kennt aber für uns ist jetzt nicht irgendwie cake ein deutschland ein wichtiger markt als irgendwelche anderen ich habe jetzt mit relativ vielen expertinnen und experten gesprochen und der ein oder andere sagt dann schon wenn es um julian horst geht roll ihn mit den augen können sie das nachvollziehen ja aus dem ganz einfachen grund dass die meisten leute immer ein problem mit erfolgreichen leuten haben und ich glaube es einfach bei vielen leuten nach viel eifersucht mitschwingt ich glaube dass viele leute einfach da sitzen ein problem damit haben dass ich der wirklich null zeit mit youtube verbringt den größten youtube kanal hat dass wenn ich auf einem event spreche dass die ganzen leute kommen dass wenn ich eine meinung zu sachen habe die total unpopulär ist dass die leute nicht mögen die leute die an der spitze von etwas sind die polarisieren und weil ja das ist halt so ein zwiespalt also klar es gibt gerade in deutschland gerade in deutschland sehr sehr viel neid und missgunst immer für leute die die viel geld verdienen die erfolgreich sind das stimmt schon gleichzeitig ist es aber auch von so influencern immer so die ausrede um sich irgendwie so der kritik zu entziehen von wegen ja der ist nur neidisch das ist immer so ein zwiespalt all julian hosp an der spitze ist taucht er nicht nur bei youtube sondern auch in vielen medien auf wirtschaftswoche manager magazin deutsche welle handelsblatt faz manchmal mit fehlender einordnung wie hier zum beispiel bei tagesschau.de hier wird julian hosp als blockchain experte und berater zahlreicher eu arbeitsgruppen vorgestellt hier sagt er noch im letzten jahr mich persönlich würde es auch nicht wundern wenn bitcoin die magische 100.000 dollar marke bis weihnachten knacken würde gute zwei monate später steht der bitcoin bei knapp 38.000 statt 100.000 ist halt nur eine falsche prognose und das ist ja in dem fall nichts nicht schlimmes deswegen nur weil er einmal falsch lag heißt es nicht dass er keine ahnung von kryptowährung hat so dann dürftest du gar keine youtube channel mehr schauen weil jeder hat schon mal irgendwie falsch gelegen oder hier zum beispiel bei focus.de hier heißt es gleich focus online experte julian hosp bei beiden beispielen rät er zu einem investment in kryptowährung kein wort über seine vergangenheit oder darüber dass er natürlich extrem investiert ist in kryptowährungen wir haben natürlich bei focus online und bei tagesschau.de angefragt focus online hat uns nicht geantwortet tagesschau.de wiederum schon und zwar wir haben ihn nicht als unternehmer sondern als experten und buchautor befragt und außerdem im artikel gibt es keine werblichen äußerungen von herrn hosp zu seinem unternehmen wir sprechen mit der finanzjournalistin birgit haas würde sie julian hosp als experten interviewen ich würde ihn auf keinen fall einladen er ist der vertreter eines unternehmens das stark davon abhängt dass kryptowährungen und alles was damit zusammenhängt erfolgreich ist deswegen ist er nicht unabhängig und deswegen ist er für mich kein experte der pro und kontras für mich ausgewogen darstellen kann na gut dass du das sehe ich ein bisschen anders weil ich meine klar wenn du ein crypto youtube-channel hast natürlich bist du auch in kryptowährungen investiert warum warum sollte man über kryptowährungen reden wenn man selber nichts von kryptowährungen hält das ist das finde ich ist irgendwie ein bisschen quatsch und natürlich insbesondere wenn man tief in der materie steckt geht man davon aus dass diese materie kryptowährungen als solches erfolgreich sein wird und natürlich stellt man das dann auch im regelfall immer positiver da als negativ das mache ich ja genauso und letztendlich hat aber auch ein julian hosp hin und wieder habe ich ja mal ein video von ihm gesehen auch immer auf risiken hingewiesen von wegen ja jetzt kann es aber nach unten gehen und 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 von daher klar man muss immer pro und kontra betrachten aber das tut man ja auch und natürlich bist du eher bullisch eher pro kryptowährungen das ist das ist sehr logisch weil du selber für dich ja nicht nur hoffst dass die materie erfolgreich wird klar und auch ja sein unternehmen ist davon irgendwo abhängig aber generell du siehst ja auch das potenzial in kryptowährungen warum solltest du es dann selber schlechtreden oder überhaupt ein kryptounternehmen gründen wenn du selber das potenzial dahinter nicht siehst also das ist ja logisch dass man eher positiv darüber spricht als negativ das thema krypto sei noch relativ jung dementsprechend fehle in der ein oder anderen redaktion noch das know-how und es sei schwer überhaupt objektive informationen zum thema zu finden die informationen sind meistens interessensgeleitet weil sie eben aus diesen unternehmen kommen die diese welt auch mit aufbauen und das führt dazu dass man natürlich sehr viele positive informationen bekommt und negative oft auch an den rand geschoben werden oder heftig widersprochen wird zum teil auch mit mit argumenten die gar nicht so valide sind wir haben uns in den letzten wochen viele youtube videos angeguckt einige waren informativ viele wollten einfach was verkaufen finanzprodukte mit hohem risiko und zwar häufig zu ihren gunsten als journalist muss ich das einordnen können aber es kommt auch aufs publikum an will der youtuber den ich mir da anschaue vielleicht noch etwas anderes außer mich zu informieren bleibt kritisch in diesem sinne wenn euch der film gefallen hat oder auch nicht bleibt kritisch auf jeden fall also alles in allem gutes video aber den letzten part mit dem julian horst bei der hätte man sich glaube ich irgendwie ein bisschen sparen können verharmlost ausgedrückt aber alles in allem gerade am anfang die geschichte hier mit den moon boys ja das ist schon richtig da sollte man definitiv die finger von lassen aber alles in allem stabiles video auf jeden fall dass das auch mal ein bisschen kritisch auseinander genommen wurde hier genau die geschichte das geschäft mit der gier es geht darum mit denen bei diesen genau bei diesen leuten die da am anfang gezeigt wurden sind mit angst und gier mit den beiden emotionen an der börse wirklich aggressiv zu spielen das auszunutzen von den leuten um sich selbst die die tasche vollzustecken und das ist eine ganz ganz eklige geschichte und ja die machen wirklich sieben stellige beträge im monat teilweise in der woche das ist kein quatsch hier das ist nicht aus dem nägkästchen geplaudert das ist wirklich so hoch ja von daher gar nicht so verkehrt dass man das mal anspricht und davor warnt wundert mich eigentlich dass das nur 57.000 aufrufe hat ja gut ja das war's mit dem video mein erstes reaction video hier auf dem kanal schreibt mir das sehr gerne mal in die kommentare ob euch sowas der art gefallen hat ob man sowas mal öfter machen kann dann sehr sehr gerne ich finde das sowieso eigentlich ganz geil weil ich gucke natürlich selber auch unfassbar viele crypto videos oder auch kulturelle portagen bitcoin reportagen häufig dann allerdings auch auf englisch aber generell macht mir das sehr sehr spaß von daher schreibt mir das sehr gerne man die kommentare ansonsten würde ich gerne sagen würde ich gerne sagen würde ich wie immer sagen like gerne das video abonniert den kanal falls ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann im nächsten video